Gut machst du das, Liebling. Pass auf das kleine Flugzeug im Instrument auf. Mach ich. Gut so. Was zeigt der Höhenmesser an? 8000 Fuß. 8. Nies weiter ab, Liebling. Ich muss wissen, ob sich die Höhe ändert. 7, 9. 7, 8. Sie hat nur gute 1000 Fuß Spielraum. Sie muss unbedingt wieder an Höhe gewinnen. Genau so weiter. Gleichzeitig musst du aber das Steuer leicht an dich ziehen, bis auf dem Instrument das kleine Flugzeug wieder nach oben geht. Aber nur ganz wenig. Hast du das gemacht? Antworte. Ich versuche es gerade. Ganz wenig, hörst du? Wie hoch ist deine Geschwindigkeit? Geschwindigkeit. 1, 8, 0. Äh, 1, 8, 8. 1, 8, 8. Hörst du mich? Ja, etwas besser als vorher sogar. Welche Richtung hast du jetzt? Die Kompassrichtung. 2, 40, 2, 4, 0. In der Richtung sind die Berge über 13.000 Fuß hoch.